Maultasche oder Brezel? Maultasche. 80er oder 90er? 80er. Schwäbisch oder Hochdeutsch? Schwäbisch. Welchen Promis folgen Sie auf Twitter? Christian Lindner. Bei welchem Song singen Sie unter der Dusche mit? Das ist gefährlich. Ich sing relativ gar nicht. Alleine oder im Team arbeiten? Teamarbeit. Ihr Blick, wenn Sie die Wahl gewinnen? Immer nach vorne.